I'm ready. Willkommen Leute zu einer neuen Folge GTA 5 Hotting Rundguss Schluchten. Wir haben wieder eine volle Lobby. Und was heißt voll? 18 von 30. Klasse Sportwagen. Anzahl der Runden 7. Läuft, geht in 20 Sekunden los und wir lassen uns überraschen. Boah, ihr Homos. Alter, hört doch mal auf. Ihr seid solche Pussys. Jetzt. Sind schon wieder Platz 18, Alter, weil die immer nicht normal Auto fahren können, Alter, die Homos. Geil. Der ist einfach explodiert. Einfach so explodiert er. Kleiner Rundguss, Alter. Ich habe ihm sogar noch geholfen, geht gar nicht. Platz 14. Nicht streite ich hier. Aber doch. Ne, doch nicht. Ich habe wieder Platz 15. Luftikus. Um eine 3. Ich will endlich davor. Komm mal. So viel Abstand kann es nicht mehr sein. What my crash? Ja, ich sehe, die sind gerade alle um die eine Kurve. Das ist ein Mädchen. Was uns da fehlt, dass wir wieder vorne sind. Ja, und dran vorbei. Ja, block dich selber raus, genau. Genau. Geh weg da. Hm. Ab über die Berge. Den Autos hinterher. A.O. Wells geht. Wir sind Platz 12. Verhalt 11. Und so weiter geht. Runde 5 von 7, Alter. Oh, hässlich. Ich glaube, da kommen wir nicht auch weit vor. Rang erhöht. Yeah. L.P. 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 Oh, da ist jemand gegen die Mauer gefahren. Oh. Und wir sind Platz 10, 11. Wie? Ich habe gerade einen überholt. Oh du Hobbit, Alter. Jetzt sind es schon zwei vorbei und ich bin immer noch Platz 11, Alter. Wie geht das? Runde 6 von 7, noch zwei Runden an der Wu. Der Hobbit. Der Hobbit, Alter. Ist klar. Das ist doch beschiss. Ich überhole zwei, bin keinen Rang höher, Alter. Und dann überholt mich zwei und ich bin der zwei niedrige. Was soll die Scheiße? Needs up. Com. 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 Gebt mir Windschatten. schon wieder eine geräumt alter wir sind platz 11 10 schade platz 10 naja wer als letztes die runde beendet wird explodieren 10 naja Okay, cool.